Alle 60 Sekunden wird irgendwo auf der Welt ein Mensch durch Waffengewalt getötet. Das sind 500.000 Männer, Frauen und Kinder im Jahr. Deutschland ist als drittgrößter Rüstungsexporteur der Welt für viele dieser Toten mitverantwortlich. Jedes Jahr genehmigt die Bundesregierung Rüstungsexporte im Wert von durchschnittlich 6,9 Milliarden Euro. Diese Rüstungsgüter werden in über 130 Länder exportiert. Nach Pakistan und Indien, nach Griechenland und in die Türkei, nach Katar, Brasilien oder Chile. Deutsche Sturmgewehre in Mexiko, deutsche Fregatten in Algerien, deutsche Panzer in Saudi-Arabien. Es ist ein Märchen, dass Waffenexporte in Deutschland streng kontrolliert werden. Es ist völlig legal, Waffen in Kriegs- und Krisengebiete zu verkaufen. Es ist genauso legal, Waffen an Menschenrechtsverletzter zu verkaufen. Selbst in die ärmsten Länder der Welt, in denen Menschen verhungern müssen, verkauft Deutschland Waffen. Ganz legal. Und wenn diese Waffen erstmal exportiert sind, hat niemand mehr eine Kontrolle darüber. Gerade Sturmgewehre oder Maschinenpistolen werden weltweit von Krieg zu Krieg weitergereicht. Deutsche Waffen tauchen immer wieder dort auf, wo sie nie hätten sein dürfen. In den Waffenlagern Gaddafis in Libyen, auf den Schwarzmärkten in Pakistan und Afghanistan, im Sudan, in Georgien. Niemand kann kontrollieren, in welche Hände die Waffen am Ende geraten. Deutschland exportiert den Tod. Schluss damit. Wir brauchen ein klares und eindeutiges Verbot von Rüstungsexporten. Ohne Ausnahmen. Keine Panzer, keine Gewehre, keine Kampfflugzeuge. Denn während sie diesen Film sahen, wurden schon wieder zwei Menschen getötet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017